herzlich willkommen zur let's play formel 1 2015 wir sind hier in singapur zum training jawohl ich würde sagen los geht's vettel liegt immer noch vorne mit 35 punkten einstellungen sind auch alle gleich jawohl es gab wieder updates bin gespannt ob alles noch rund läuft oder ob es probleme gibt natürlich habe ich wieder ein setup rausgesucht hier für singapur da bin ich sehr gespannt wie es denn hier gleich weitergehen wird ja am wochenende war ja italien ein absolut geiles rennen gewesen ich fand es gut und schade für nico rosberg dass der motor kaputt gegangen ist aber man hat mal gesehen zum schluss was der mercedes motor wirklich noch kann so 18 uhr hier in singapur und das heißt es geht gleich mit dem training des heutigen tages los die sonne ist untergegangen und die strecke wird von extrem starken flutlichtern erhält alles ist bereit für ein großartiges formel 1 erlebnis man muss schon sagen seit dem eröffnungsrennen 2008 war singapur ausgesprochen erfolgreich hier fand schließlich das erste nachtrennen in der formel 1 geschichte unter riesigen flutlichtanlagen statt und die spektakulär ausgeleuchtete strecke ist immer wieder ein einmaliges erlebnis sowohl für die fahrer wie auch für die zuschauer es ist natürlich gut für den sport wenn das rennen dann anfängt wenn möglichst viele zuschauer vorne im fernseher sitzen aber wenn der startzeitpunkt so einen wunderbaren effekt auf das rennerlebnis hat wäre ich nicht überrascht wenn es in zukunft nicht mehr nachtrennen geben würde eine strecke wie diese verspeist hinter reifen quasi zum frühstück jedenfalls sagen dass die meisten fahrer die sich damit ja auskennen hier zählen sowohl die eigenschaften des fahrzeugs als auch der fahrstil es gibt eine reihe von langsamen kurvenausfahrten bei denen die hinterreifen jede menge energie übertragen die fahrer müssen geschickt mit dem gas spielen damit die reifen nicht zu sehr durchdrehen sonst besteht rutsch und überhitzungsgefahr und die reifen können stark verschleißen das tun sie sowieso hier in dem spiel immer sehr so wir gehen ab ins setup für mich war das wochenende auf jeden fall gut man hat mal gesehen was der mercedes motor wirklich konnte ja dass man einfach zum schluss sagt so hamilton jetzt hol da noch mal ein bisschen leistung raus was er dann ja auch extrem gemacht hat und dadurch einfach mal die dominanz der mercedes wirklich gesehen hat so wir stellen den euro flügel was ist das denn jetzt euro flügel das ist der frontflügel das ist der heckflügel das heißt jetzt euro vorderflügel ich glaube das hieß schon immer so ich glaube ich habe das erste mal eigentlich heißt es frontflügel und heckflügel kann man das nicht anders definieren naja differenzial kommt 90 fürs gaspedal und differenzial ohne gaspedal kommt auf 80 so dann machen wir weiter dann kommt minus 3,50 minus 20 15 und 0,50 also voller radsturz also dann haben wir vorderer rad aufhängung kommt angeblich auf 11 hinten auf 1 dann wieder vorne stabilisatoren auf 11 und hinten wieder auf 1 also bin ich mal sehr gespannt reifendruck kommt auf 18 und dann noch ballast auf 6 alles klar das war's dann speichern wir das ganze mal ab das müsste der strecke 13 sein jawohl ich möchte hier auch ganz kurz bekannt geben wer mit lust hat in systemgruppe mit reinzukommen wo es unsere server drin sind testdaten wo wir auch mal ein bisschen mehr miteinander schreiben können oder etc einfach unten in das video wir haben eine steam gruppe genannt olaf gmbh geben mal bier holen oder für wie unsere server halt alle heißen und gmbh für die mal bier holen er hatten die jungs sich alle überlegt wer mal interesse hat kann da mal reinschauen so geht zur rennstrecke das ist mir egal weil die vorhersage sagt dass wir leichten regen kriegen sollen deswegen jetzt erstmal raus und ein bisschen singapur ist auf jeden fall eine strecke die ich absolut nicht beherrsche tue ich mir immer etwas schwer drauf gerade weil ziemlich viele langsame schnelle kurven dann eine ganz langsame rum und dann wieder sowas in der art wie monaco kann man schon fast sagen alles ein bisschen eng ich mag es lieber altmodisch es ist in echt ist es nicht so also zuschauen aber im spiel schon das fühlt sich aber echt gut an das könnten zwei wochen auch ein rennen sein wo die red bulls extrem stark sein könnten meiner meinung da bin ich mal gespannt ob daniel ricardo dann mal wieder zeigen kann was er wirklich kann mit dem red bull weil aerodynamisch mäßig müsste der red bull immer noch saumäßig stark ein bisschen rutschig ist es aber erst mal fahren ja und am wochenende konnte man ja mal den unterschied von den reellen reifen wechseln und das was hier im spiel ist also hier im spiel ist auf jeden fall viel zu großer abrieb was mit den reifen zu tun hat da müsste codemaster mal ein bisschen nacharbeiten finde ich ein boxen stop machen sie in real life und wir mussten viel mehr machen daher ein bisschen abwarten wie sie das hier irgendwann mal hand haben ich finde so wie jetzt das spiel raus jetzt draußen ist könnte man es veröffentlichen also wieder zu früh ein spiel veröffentlich naja aber drüber beschweren möchte ich mich eigentlich nicht weil mir macht es schon spaß ein bisschen zu viel eingelenkt vor der reifen werden etwas zu warm und nicht die hinter reifen das ist so eine kurve die ich absolut das problem ist dass wir einfach ein zu großes problem jetzt im zettel haben also ich glaube dass die meisterschaft wir persönlich nicht mehr gewinnen können aber aufgeben tue ich trotzdem nicht man weiß ja nie optimalen einen ausfall hat vettel oder so dann kommen wir ja mit riesen schritten ran ok 1 6 naja 1 6 und 40 ziemlich langsam ok 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 Ich muss das ja mal zumachen da an der Seite. Das irritiert mich. Ich bremse auch viel zu früh. Sehr viel am Rutschen auf jeden Fall. Trotz dass die Reifen gute Temperatur haben. Immer am Rutschen. Manchmal komme ich wirklich perfekt aus den Kurven raus. Aber dann manchmal wieder ein absolutes Chaos. 1,47. Das ist jetzt Sektor 1 gewesen. In diesem Sektor verliere ich, sagt er. Okay. 5 Kilo Benzin im Tank. Nur noch 5 Kilo Benzin. Oh, komm. Oh, Mann. Die ganze Zeit ist er so schnell gefahren wie wir und dann auf einmal tuckert er da vor sich hin. Das ist halt einfach ein Schwachpunkt bei mir. Schon wieder eine Sekunde zur Yago. Das lag natürlich jetzt an dem... an mir selbst, weil ich wieder mal wieder zu gierig war. Und jetzt hier mal nur vom Gas gehen. 1,47 wieder. 1,47 wieder. Sektor 2. Warum verliere ich denn da so viel Zeit? Muss ich da jetzt einmal gucken hier, Leute. So, jetzt ist das Sektor 1 gewesen. Jetzt kommt Sektor 2. Oh. Ja, ich würde sagen, da in diesem Geschenkelten verliere ich alles. Weil hier läuft eigentlich alles ziemlich gut, da in der Zickzack-Kurve. Da verliere ich ohne Ende. Ei, ei, ei. 1,45, okay. Boah, das war aber absolut letzte Rille, Leute. Hamilton fährt eine 1,44. Ah, das ist echt schon viel. Also, da muss ich dem jetzt vollkommen recht geben. Aber wir können mal gerade Renndirektor gucken, Rennleitung. Auch alles... Puh. Also, das ist hart. Wie gesagt, das ist eine Strecke, die ich noch nie richtig hinbekommen habe, leider. Die ist geil, aber ich bekomme sie einfach nie richtig hin. Und das hier war früher ein Problem. Hier habe ich, glaube ich, fast jedes Rennen das Auto herangeschlagen, ne? Ich glaube, 2014 ist es mir passiert und 2013, glaube ich, auch. Glaube ich schon. Also, zufrieden bin ich nicht. Also, der Setup-Typ hat eine 1,44, 1,39 in der Qualifikation, Laptime, also seine beste Zeit, die er gefahren ist. Also, wenn man nimmt eine 1,45, also ich könnte 1,1 Sekunden, 1,2 Sekunden schneller fahren. Was wir ja auch eigentlich immer schaffen. Also, eigentlich fahre ich schneller, wie derjenige, der das Setup baut. Daher bin ich nicht ganz so zufrieden. Also, ich würde schon noch gerne nochmal 2, 3 Runden auf den Weichenreifen fahren. Gucken aber trotzdem uns mal die Info ganz kurz an und schauen uns das mal alles an. Ja, Lules ist im 1., 2. und im 3. Sektor sind wir schneller. Also, und dann fehlt uns schon gut eine halbe Sekunde. Also, 1. Sektor verlieren wir auch 3 Zehntel. Im 2. Sektor sind es fast 4 Zehntel. Dafür holen wir dann im 4 Zehntel, also wenn wir im 2. Sektor verlieren, im 3. wieder raus. Aber das, was wir im 1. verlieren, bleibt. Hm. Liegt aber an mir. Also, ich bin der Meinung, das liegt eindeutig an mir. Ich kriege das nicht so schön gefahren, wie ich es gerne hätte. Ich würde gerne nochmal eine Runde auf den Weichenreifen. Würde sagen, dass wir dann nochmal rausgehen. Gehe zur Strecke. Und, aber wir machen, äh, Rausfahrt. Einfach, äh, aus dem Grund, ich möchte gerne sehen, wie die Ausfahrt aus der Boxengasse ist. Da haben wir letztes Mal, habe ich da auch nicht so gut geübt. Und, irgendwie ist es kühler in den Räumen, ne? Also, ich muss ja euch ganz ehrlich sagen, also, es ist entspannter. Ja. So, beschleunigen. So, schauen wir uns das mal an, wie das mit weichen Reifen ist. Wir müssen uns ja ein bisschen einschießen für die Qualifikation. Lassen aber die Drehzahlen normal, also spielen nicht mit vollen, offenen Karten. Ach du Scheiße, geht das schnell jetzt? Dürfen wir nicht, alles klar. Ich wollte gerade sagen, da dürfen wir ziemlich weit rausfahren, ohne dass sie meckern. Dann hätte ich das natürlich ausgenutzt gerne. Ja, und wer denkt, die neue Formel 1 ist langsam mit den Elektromotoren, Leute? Ja, uns fehlen nur noch zwei Sekunden, dann sind wir an der schnellsten Formel 1, die es jemals gab. Zu Michael Schummeras-Zeiten dran. Nur noch zwei Sekunden. Letztes Jahr waren es knapp drei bis vier Sekunden immer. Die Formel 1 wird immer schneller. Und es ist gar nicht so ein Spiel, wie die Leute immer denken, ja, hier V6-Motoren nur, bla, Sülz. Es ist schon ein ganz schönes Geschoss. Man muss so nehmen, dass die Formel 1 zu den V8-Motoren, die es vorher gab, schneller war. Äh, jetzt schneller ist. So, jetzt geht's los. Volle Pulle. Ja, ja, halt jetzt die Schnauze. Jetzt bin ich dran hier mit... Scheiße. Also da verlieren wir immer das Heck ganz leicht in der Kurve. Also das ist nicht schön. Lenkung wieder aufgemacht war mein Fehler. Heck wieder verloren. Geht mir gerade so ein bisschen auf Kuhhaut, dass wir ständig den Arsch hinten verlieren. Wird etwas Zeit gekostet haben, auf jeden Fall. Jawohl. 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 Aber wenn man überlegt, wir sind genau die Zeit gefahren, die Hamilton mit harten Reifen auch gefahren ist. Naja. Oh, 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 oh. wieder verbremst. Wieder verbremst. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Manche Kurven etwas mühselig. Aber es funktioniert, Leute. Aber es funktioniert, Leute. Wenn ich hier die Pol mir hole, dann könnten wir den Sieg nach Hause holen. Ich muss nur die Pol holen. Wäre ja auch schön, wenn wir sie nochmal holen würden. Ich finde, dass jetzt schon die Reifen vom Gefühl her abbauen. Weil sie sind einfach zu heiß, die Vorderreifen. Oh. 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 Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Scheiße Gefahren fand ich, aber trotzdem schneller die Runde. Oh. Oh. Ja, ja, das ist nicht so schlimm. Also wir haben jetzt drei Runden gefahren und der Reifen hat noch kein bisschen abgebaut. Also wehe, das ist nachher im Rennen wieder anders hier. Echt. Perfekt. Perfekt rausgekommen. Ah, die Rundenzeit ist jetzt ungültig. Macht aber nichts. Ja, ich würde gerne nochmal den Rennleiter aufmachen. Noch einmal ganz kurz reingucken, ob der Luis denn jetzt schon... Nein, es ist noch keiner mit weichen Reifen gefahren. Dann werden uns noch einige abhängen. So, jetzt könnte ich hier rüber... Ja, die Box da einfach, die ist halt wirklich nicht so einfach. Es macht schon Spaß. Also, diese eine Kurve, nur wo wir schnell rum... Da muss ich aufpassen im Rennen, dass ich da niemals den Arsch wirklich hinten verliere. Nicht, dass wir irgendwann mal da in die Mauer knallen während des Rennens. Das ist eigentlich das Einzigste. Und hoffen, dass sie irgendwas, ein bisschen was verbessert haben, dass nicht die Reifen schwupps zu Ende sind. Ja, das ist so ein bisschen ein Nachteil. Aber sonst... Eigentlich alles super. Season Info, so. Man sieht es einfach, Hamilton ist wirklich im Ersten und im Zweiten wirklich schneller wie wir. Im Ersten nicht mehr ganz so schlimm. Und im Dritten holen wir dann halt wirklich extrem. Also, das ist fast eine Sekunde fahren wir im Dritten schneller. Keine Ahnung, wie wir... Wahrscheinlich durch die letzte Kurve. Da hole ich wahrscheinlich viel, viel raus. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ich würde sagen, Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2015 hier in Singapur zum Training. Mir gefällt es. Ich werde zur Qualifikation einblenden, wie das Training ausgegangen ist. Sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns morgen zum Training wieder. Mein Name ist Jabur. Also, schaut mal bei Twitter und Facebook vorbei. Und geht unten in die Steam-Gruppe. Da seht ihr dann unsere Server und dies und jenes. Und nicht vergessen, teilen, liken, subscriben und was weiß ich nicht alles. Bis denne. Tschüss.